so hallo wir machen weiter bei supersmash was ultimate ich bin ein ganz kleines bisschen süchtig jetzt habe ich noch überhaupt keine doch ich habe zwei parts jetzt schon draußen sieben sind hochgeladen ich nehme trotzdem direkt weiter auf also falls ihr mir irgendwelche tipps oder so schreibt zum diesem zeitpunkt sind gerade zwei parts draußen und sieben aufgenommen also bis zu part sieben kann ich da definitiv nicht darauf eingehen und dann ist das jetzt natürlich part acht also kann ich da auch nicht drauf eingehen gut entsprechend habe ich jetzt hier auch auch noch keine neuen neuen fragen ach das ist so ein film der abspielt wenn man nichts macht naja ok und ich würde gerne wechseln auf normal weil ihr seht es ja selber teilweise hängt man wirklich in einem kampf ewig ich denke auf normal wird es auch noch schwer genug muss vielleicht nicht alles wirklich schwer sein ich denke wir wechseln auf normal das schien ja zu gehen irgendwo muss ich gleich mal gucken auch jetzt fürs display wo ich eigentlich ja gerne vorankommen würde ja das ist alles nicht so günstig was ist hier aktivitäten ach die sind die 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 losgeschickt haben sie wieder da also gut schwierigkeit gehen wir auf normal so und dann aktivitäten kann ich da das trainiert die auch und 360 grüne ja cool aber wenn man stärkere los schickt dann wird das alles auch besser ich verstehe ja gut wir haben ja gesagt wir wollen trainieren dann kann ich auch ihnen los schicken dann schick ich ja gut ihn möchte jetzt eigentlich nicht wobei ich denke auf normal muss ich jetzt nicht so enorm ich weiß es nicht ich schicke ihn los so ich will mal gucken wie es was sich ändert wenn man wirklich krasse jetzt los schickt und wo sind die die gerade trainiert wurden die kann ich auch wieder los schicken die sind jetzt ja auch stärker hier einmal und mit jürgen wie nach level sortieren dankeschön herr war nicht zwei dabei die trainiert so kennt der nicht der ist ach so die sind ich verstehe ja du kommst halt du noch so sagt alles klar los geht's let's go in zwei stunden sehen wir uns wieder aber nicht in diesem part gut weiter sehr schön schauen wir mal was die so zutage fördern dann einkaufen der hat doch der hat drei neue da steht neu hat der neuen geist vielleicht oha er hat drei neue geister nonplusultra in sachen angriff physische angriffe hoch gibt verstärkt leichte schläge tritte bisse et cetera gut ich muss aber eher die geister kaufen und daher passt das schon verstärkt schlag items ist als ein schwert ein schlag item ich bin nicht sicher und das ist wieder so ein ja gut das ist plus in ihrer aber habe ich ja schon mal jemand anders von jemand anderem okay aber cool das heißt die shops bekommen auch ständig neue geister rein und so ein quatsch und es hieß ja auch in manchen shops sind dann geistert die einem in der in der welt weiterhelfen also das kommt ja auch noch dazu so jetzt würde ich aber gerne einmal die kämpfe testen war das hier ne gegen lucario hä oh wait oh wait jetzt sind das andere ach so okay die sind gleich aber lucario war da war das schon immer lucario ja doch das ist auch gleich dann habe ich vielleicht dann habe ich das vielleicht nie gesehen das kann sein dass ich das einfach nie gesehen habe okay oder ich bin einfach dumm warum feuerabwehr ist das eine stage mit feuer ich habe nichts derartiges gelesen nein der gegner startet mit schaden aber ist sehr stark warum kippst du mir jetzt nur das kann er er war der mit den drei slots aber wisst ihr was dann nehmen wir die drei slots und nehmen einmal arm angriffen physische angriffe hoch und schlag items hoch irgendeiner davon wird doch dann wohl mein schwert von rio stärken i hope so mal gucken wie der kampf läuft aber es ist ja trotzdem ass also ass auf normal ist sicherlich auch nicht einfach also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass das ein spaziergang wird nur weil ich auf auf normal geschehen yo das ist okay aber mal schauen wie es läuft es ist auf jeden fall ihr habt es ja gesehen es ist halt auf schwer ich weiß es nicht wieso nehme ich jetzt schaden eigentlich habe ich so eine blume auf dem kopf ich nehme ständig schaden ja ich habe wohl so eine blume auf dem kopf die ganze zeit okay ah ich habe das schild erledigt mist hat mich gereicht nein 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 das ist jetzt nicht gut fok ok lass mich den kampf mal ganz kurz auf schwer sehen nur so mal einfach als vergleich ich finde jetzt kann man jetzt ein paar mal jetzt können wir ein paar mal hin und her wechseln und vergleichen was passiert so einfach mal so spaßeshalber ist er jetzt aggressiver oder was ist jetzt alles anders aber wisst ihr wir machen es wir machen es glaube ich so ich spiele weiter auf auf schwer aber wenn ich zu lange an einer stage sitze dann stelle ich sie auf leicht zurück oder sowas ist das ein deal fuck oh das war nicht meiner vielleicht machen wir es so ich will ich will halt nicht ich weiß nicht das fühlt sich so lame an auf normal zu stellen achso der startet mit diesem exernias ja meinetwegen das macht ja eh nix achso das macht ihn ah vielleicht spielen wir doch auf normal ok alles klar nein gerade eben weil ich das war ja mein argument jetzt habe ich mein eigenes argument schon wieder widerlegt großartig gerade weil es ja fürs let's play ist und ich vorankommen möchte sollten wir auf normal spielen so ich glaube da fliege ich nicht ganz so heftig weg das macht das macht xernias natürlich er gibt es denn holy moly ich muss am anfang also echt aufpassen oder ich verhindere dass er xernias spielt aber er startet mit dem pokal in der hand nein ich glaube da komme ich nicht nein da komme ich nicht hin das heißt wir haben einfach mal am anfang ich habe es doch vorhin aber auch was habe ich denn am anfang vorhin gemacht dass ich überlebt habe da habe ich mir einfach nicht drum gekümmert was xernias macht ne das habe ich gar nicht festgestellt ich habe schon gesehen dass er golden ist aber es hat mich nicht interessiert ich habe einfach nochmal mit ihm gekämpft und mich nicht beirren lassen ja mensch schon ist die phase durch das wollte ich nicht das wäre schon besser das wäre auch besser was hat er jetzt in der hand achten sternen au nein ich lebe noch hast du dir so gedacht hier hast du die sequenz gesehen und dann war es das noch gar nicht mein freund oh ui 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 das war das war ja eine vorstellung mensch das war nicht so wie ich wollte nein das war nicht das was ich wollte hm hm ui 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 u klappt nicht so gut gerade. Oh komm, was? Ja. Nein! Mist! Nein, weg da. Ja, genau deswegen. Ei. Ja, also ihr seht, auf Normal ist das auch schon schwer genug. Das heißt, wir spielen auf Normal. Ich bleib dabei, ich geh nicht mehr auf Schwer zurück. Das wollte ich nicht. Das auch nicht. Yo! Oh, da hab ich jetzt aber Glück gehabt, dass er nicht mehr stärker war. Was hat er jetzt in der Hand? Irgendwas hat er geworfen. Holy! Das Schild macht ja perfekt gerade, ne? Das ist dieses perfekte Schild oder was immer er da macht. Was? Fuck! Schwert ist nicht lang genug. Was? Ei, 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 ei. Nein! Nein! Das ist da, was? Ich! Es! Nein! Ich! Nein! Nicht! Nein! Nicht in die Ecke, nicht in die Ecke. Da will ich nicht hin. Ah, fuck. Ich hab' schön jongliert jetzt. Nein, 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 nein. Nicht in die Ecke. Das ist nicht gut. Nein. Ich hab mich nicht auf der Plattform gelandet. Hab' ich nach unten gedrückt? Ich hab' nach unten gedrückt, irgendwie. Irgendwie muss ich nach unten gedrückt haben. Scheiße. Ah, es lief gut. Vor allem der Anfang lief, hat mir ganz gut gefallen. Wieso machen wir das jetzt einfach nochmal? Ja. Fast. Ist fast das gleiche. Wie kratti. Ah, verdammt. Yo. Ich lebe noch. Edgy. Du kannst dich nicht auf die Sequenz verlassen, du Lucario. Die Map ist zu groß. Aua. Bleib da unten. Schade. Oh ja, das rippt mich jetzt aber weg. Da hat nix geholfen mehr. Ah, Lucario ist ein cooler, cooles, cooles Viech. Ich will Lucario auf jeden Fall haben. Den fand ich in Smash großartig. Dem hab' ich gern gespielt. Heißt nicht, dass ich ihn gut konnte. Ich hab' einfach gern mit ihm gespielt. Lieber als mit Mewtwo. Auch wenn's ja ähnliche Varianten sind. Jetzt aber. Nice. Sehr schön. Hallo Xernias. 2952 Power schon alleine auf Level 1. Nice. Drei Plätze. Doppel-nice. Wird direkt ausgetauscht. Gegen den Mechaniker hier. Ach, guck mal. 17. Ah, das ist aber dann das hier. Bremskraft. Nee, ich will irgendwas in die Richtung weitermachen. Nee, dann geht das noch nicht. Gruppe Geist doch. So, und hier hätte ich gern Xernias. Da. Zack. Das macht ja alles jetzt stärker, ne? Auch wenn Xernias selbst keine Fähigkeit hat. Gut, man muss noch auf diese Typen achten. Aber jetzt ist erstmal wurscht. Was kriegen wir hier? Yay. Die sind ja wichtig, dann noch andere Sachen zu kaufen. So, die sind noch unterwegs. Dann gehen wir mal hier weiter. Das haben wir ja auch total vergeigt. Gut, 13.700 hat die halt immer noch. Aber hey. Immerhin haben wir keinen gegenteiligen Typ. Mal gucken. Ich muss ja nur den Schwertkämpfer besiegen. Das kleine Kirby-Fich kann nicht an Ruhe lassen. Na toll. Also ich glaube, die KI ist auch einfach ein bisschen inkompetenter, wenn man auf normalen spielt. Nein. Gut, ich fliege nicht ganz so schnell wie im Normalfall. Also im Schwer wäre ich schon, wenn ich jetzt wieder gelandet würde. Oder im Aus-Fang. Nein. Nein, was ist das? Was ist das? Oh, das war ja mit Zeit. Das habe ich ja ganz vergessen. Das ging ja mit Zeit. Ei. Gibt es irgendeinen Geist, der Zeit erhöht? Ah, shit. Die Zeit ist natürlich noch ein Problem. Das heißt, ich darf mich gar nicht um Kirby kümmern. Hälfte ist rum. Okay, das ist passiert. Okay, das ist passiert. Okay, das ist passiert. Not jetzt. Wow. Stopp. Ei, 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 ei. Das hat immer noch nix, habe ich den Eindruck. Ne, Vicky hat das auch auf Twitter geschrieben, das wird auf normal auch schwer geblieben. Ah, Mist, das hätte jetzt gut funktionieren können, aber leider. Oh, ich bin da drüben, da wollte ich gar nicht hin. Ups. Gucke mal auf die falschen Leute nach einer Weile. Aber da wollte ich gar nicht hin. Nein, das... Das wäre so eine schöne... Nein. Okay, das muss ich nutzen, dass Kirby weg ist. Ah, ich werde es nicht nutzen. Warum fliege ich plötzlich so hoch? Holy shit, was war das denn? Nein. Ah, wenn ich die getroffen hätte jetzt. Okay, sie trifft mich. Mist. Es ist ein Erd, da ist der Schwertkämpfer, also ja, egal. Es sieht aber so weiblich aus mit dieser Frisur. Ja, und redet halt auch, hat halt auch so eine weibliche Schreistimme. Nein, warum... Nein, warum... Was war das denn jetzt alles? Nein! 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 Oh, die shit, ja, ich will das Schwert selber haben. Gibt's heute als Gefängst? Ah, eh. Okay. Kirby, please. Ja, gut. Wahrscheinlich spiele ich irgendwann wieder so lange, bis er es sich versehentlich nach unten begibt und stirbt. Das hat bei Sonic ja auch schon hervorragend funktioniert. Nein! 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 Ich gehe aus dem Rhythmus raus. Das reicht halt zeitlich jetzt vor allem schon nicht mehr. Selbst wenn ich noch lebe, es reicht halt zeitlich einfach nicht. Ja. Niederlage? Ja. Ja. Schade. Schade. Ach, Kirby. Ich gehe aus dem Rhythmus. Ich gehe aus dem Rhythmus. Ich gehe aus dem Rhythmus. Oh, da hat sie mich aber nochmal. Da hat sie mir nochmal einen mitgegeben. Mist. Nee, ich komme nicht wirklich in die Nähe von Sieb zu besiegen. Noch nicht. Ich glaube, das lassen wir erst mal. Äh. Ach, Kirby. Okay, lassen wir das. Nee, ist okay. Das sehe ich ein. Das kriegen wir aber hin. Bereit? Los! Ja, natürlich. Ja, natürlich. So, eins ist raus. Ah, dachte ich. Jetzt ist aber eins raus. Immer noch nicht. Jetzt ist aber eins raus. Immer noch nicht. Jetzt ist aber eins raus. Zwei. Ach doch, ist vorhin doch schon einer raus. Und du auch. So. Eieiei. Lass mich doch nicht veralbern hier. Ich will mal lieber in die Richtung, dann deck mal den Rest noch auf in diesem Abschnitt. Lass mich doch nicht verabschieden. Ich mag die Stage nicht. Au. Gut, das haben wir hinter uns. Noch so ein Lipstick-Geist. Jetzt habe ich schon ganz viele Lipstick-Geister. Oh, kommen wir jetzt vielleicht zu diesem Leuchten-Dings dahin? Nein. Wie komme ich da rein? Ach, aber ich komme an der Truhe. Das ist ja auch was wert. Aber wie komme ich zu diesem... Da, wie komme ich da hin? Es gibt keinen Weg dahin, oder? Oder ist das da... Also von da an ist da ein Weg? Weil sonst wüsste ich nicht, wo da ein Weg sein soll. Oh gut, wir können mal da zu dem Haus. Das ist bestimmt auch ein Laden. Da-da-da-da-da. Da-da-di. Da-da-da. 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 Bereit? Los! Gar nicht erst anfangen damit. Gewonnen! So. Ja, so Profikämpfe ist dann halt wieder zu einfach auf leicht. Vielleicht gehe ich bei Profikämpfen vorher auf schwer hoch? Fragezeichen? Das ist halt dann auch wieder Quatsch. Wenn ich die einfach nur wegfrühstücke, ist es halt auch nicht wirklich sinnvoll. Dann gucke ich halt, was es ist. Steht gar nichts dort. Weder Profi noch sonst was. Hm. So, wir machen es halt einfach so, ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, also zu einfach will ich es mir halt nicht machen. Die Kämpfe jetzt gerade, die zwei Profikämpfe waren halt nicht so... Und wenn es mir dann wieder zu schwerfällt, kann ich ja immer noch wechseln. Das war die falsche Taste. Wow, 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 wow. Oh, das hat er gut gemacht. Das war blöd von mir. So. Na, das fand ich jetzt halt auch schwer wieder. Finde ich jetzt halt okay. Aktivitäts leider Geist. Wenn ich das jetzt wieder auf einfach oder auf normal gespielt hätte, dann hätte es zu leicht gewirkt. Dann machen wir es doch einfach wirklich so. Okay, ich kann Captain Kuttelfisch besuchen. Okay. Das ist ein Dojo. Was kann das Dojo? Geisterdojo. In Geisterdojos können deine Primärgeister neue Kampfstile erlernen. Auf diese Weise kannst du es mit neuen Gegenden aufnehmen. Yo, was? Ich dachte, es ist schon kompliziert genug. Erlernte Dojo-Style sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern kann jeder geändert oder vergessen werden. Lass er nicht mehr hören. Haa. What? Das hier geschieht mit Geistern, die meinen Stil lernen. Es steigt Angriff Boden. Es sinkt Angriff Luft. Und es lauft Tempo steigt. Was bitte? Das heißt, sie hat jetzt zum Beispiel überhaupt keine Fähigkeit. Wenn ich sie jetzt da reinpacke, kann sie ja mal trainieren. Lass gucken wir mal. Er hat auch keine Fähigkeit. Kann er praktisch auch. Aber das ist ja erstmal gut. Ja gut, damit kann ich ja spiele ich gerade. Das muss jetzt nicht sein. Aber ich bin schon wieder verwirrt hier. Komm, dann nehmen wir mal Emoli rein. So. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Komm, A-Bock. Zack. Und. Ja, hier ist auch. Einfach mal testweise. Bis bald. What? Die sind da jetzt also drin. Und, und, und. Woher weiß ich, wann die fertig sind? Du hast auf mich gewartet. Sonst kann ich dich wieder rausholen, oder was? Blitzlern. Ach so, mit GP kann die Blitzlern. In Trainingspause. Okay, Naiko, dann soll die einfach mal laufen. So. Ja, das ist ja. Wird ja noch komplizierter mit diesem Dojo-Stun. Hilfe. Hilfe. Das ist auch Profi. Wir bleiben auf schwer. Und probieren einfach mal Daisy zu verprügeln. Da wäre ich stark dafür. Und ich wäre auch stark dafür, den Paar zu werden. Da wäre ich auch stark dafür. Bereit? Los! Äh, sind wir wirklich schon wieder auf schwer? Weil Peach da oben ist gerade so ein bisschen. Hä? Hey, guck mal, es ist jemand da. Ups. Was war das denn jetzt für eine, für eine Phase? Was haben die da gemacht? Kaffeekränzchen? Oder hauen die... Ich muss mal die Beschreibung lesen. Hauen die einfach ab. Die hauen einfach ab, ne? Helfetrophäen-Kegner. Was ist das denn? Ich kann mich nicht... Was? What? Ja, aber warum? Ach, jetzt hört doch auf damit. Oh, was? Achso. Das war mit Zeit. Ja, das erklärt, warum die abhauen. Kann man das während des Kampfes nochmal angucken, was gerade los ist? Nein. Okay. Irgendwie fühlt sich das ja schon... ...nicht so richtig an, wenn die weglaufen und man haut ihnen einfach voll auf die Mütze. Ist egal, wenn ich mal an... Das ist ja so... ...wirklich so... Ja, ich bin der Böse und die hauen vor mir ab. Die flüchten ja. Die dann zu verprügeln ist... ...ist ein bisschen... ...fühlt sich das falsch an. Aber muss ja sein. Sorry. Nee, lass mal. Au. So. Schön, dass wir drüber geredet haben. Auf jeden Fall. So. Ei, ei, ei. Okay. Verringert Schaden durch Gift. Das ist doch schon mal gut. So, dann wählen wir mal den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Ach, nee, stopp. Eine Sache mache ich noch. Ich gehe wieder zurück ins Menü. Und müsste jetzt ja mittlerweile längst neun Stuff kriegen. Einen Kämpfer mindestens. Sag ich ja. Ey, Captain Falcon. Drei, zwei, eins, los. Au. Ach ja, hier geht es ja nicht. Ah, verdammt. Tschüss. Hände. So. Haben wir das auch geklärt. Huch. 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 Okay. 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 Alles klar, was auch immer das alles war. Sammle 7000. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Okay, wir haben ganz viele Achievements gerade freigeschaltet. Na gut. Dann. Wir ziehen das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Jetzt wirklich. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Vielen Dank.